So Leute, wir sind zurück. Ich hab ein bisschen gelevelt, ich hab mein Equipment ein bisschen verändert. Und ja, hier soll es jetzt storytechnisch eigentlich weitergehen. Gucken wir mal, was passiert. So eine Mistel. Man sieht hier ja Stufe 14 jetzt, inzwischen. Und Prometheus-Typ. So was. Ah, cool, ja. Torschen, sprechen. Torschen, äh, was kann man denn erwerben? Torschen von der alten Welt, ich kann dir Valuables in exchange. Aha. Ja, okay, in das System hab ich mich noch nicht so reingefuchst. Ja, ja, bla bla. Also hier können wir, glaub ich, die Leiter aktivieren. Als Shortcut. Und dann, ähm, kämpfen wir uns mal in die Stadt. Bin ich jetzt richtig? Ja. Dankeschön. Was ist hier los? Gehen wir uns mal in die Stadt. Gehen wir uns mal in die Stadt. Achso, das braucht Ausdauer, ja. Okay. Was ist hier los? Hier ist ja gar nichts los. Keine Gegner. Keine Fallen oder so. Strange. Sehr, sehr komisch. Wo geht's hier lang? Aha, ne Mistel. Oh, ne Katzin. Das ist was. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was wir uns nicht wichtig für unsere Operation. Es gibt mehr Blödsprings voran, aber die Miasma ist blockiert die Weg. Du denkst, dass du es wiederholstst? Du denkst, dass du es für uns wiederholstst? Danke. Ja, ja, komm. Mal gucken, hier. Gibt's irgendwas? Nee. Dann schnetzeln wir uns mal weiter. Durch die alte Stadt. Immer die blöden Tutorials. Aha. Aha. Das ist neu. Ich kenne nur den hier. Cool. Ähm, kurzer Test. Andere Jacke. Anderer Move, ja. Aha. Aha. Ja. Und bei der Kralle. Ja, ja. Haben wir gleich, haben wir gleich. Aha. Oh, ich bleib aber hier, glaub ich, bei dem. Bei dem hier. Sieht so nach einem Bossfighter aus, irgendwie. Ich mein, so viel Platz hier. Und keine Gegner. Da kommt noch was. Da kommt bestimmt noch was auf uns zu. Oh, guck. No harm in being prepared. Ah, ja. Okay, okay. Ein Dolch. Ah, ja. Ah, ja. Ja, aber so weit. Ganz okay. Ich hab ein bisschen Damage genommen jetzt. Aber. Boah, das Schwert hat mich echt zerschreckt. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Oh, nee. Elebardo. Werden wir dann später testen. Ach ja, da ist er nicht sehr hinterhalten. Ja, schön. Ach. Ah. Das zieht also Leben von mir ab. Das ist ja nicht so gut. Diesen Spell werde ich nicht mehr verwenden, glaube ich. Die Gauna hier. Hinter jeder Ecke kann einer stecken. Ach ja. Alter. Alter, was? Ja, Mann. Ja. Chefin ist hier. Erstmal. Ja, 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 ja. Going home, going home. Nix ist hier. Option. Ja, ja, so viel Schaden macht das gar nicht. Ja, 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 ja. Der Kumpel macht das schon, ne? Irgendwie ist es doch gut, dass man zu zweit ist, jetzt. Ah, ich sehe die falsche Waffe drin. Apropos Waffe. Ich habe ja vorhin was bekommen. Abendrot. Das ist schlechter. Basis. Skalierung. Wenn ich nicht wüsste, was das alles ist, ne? Ja, 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 benutzen wir es mal. Was ist hier los? Hey, was ist es? Du bist okay? Yo, Louis. Du riecht das? Ja. Human blood. An escapee? Now, where did she run off to? Huh? Hey, Chumps. What the hell are you doing here? None of your business. Oh, really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on you? The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. I'm glad to see this. Frischtes Menschenblut. Ausrunden. Stufenanstieg. Ja, schön. Mal gucken. Was hier gibt's. Hier gibt's genau nix. Ah, ja, Tür. Können wir nicht öffnen, okay. Ja, dann öffnen wir sie halt nicht. Nein. Verdammt. Das wollte ich nicht. Alter. Alter, alter. Blockt alles. Ja, komm, wir sind viel zu stark, die Begleiter. Was ist hier los? Nein, nein. Hylvö. Hm. Jaja, kann ja mal passieren. Ja, die sollten wir vielleicht vorbeiziehen lassen. Hat schon recht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aha. Was ist jetzt los? Ach so. Das ist einfach ein neuer Blutcode, oder? Ich dachte gerade, das ist schon das Blut von dem Mädchen. Ja, hallo, hallo. Das ist Belästigung. Was ist das? Was ist das für ein Ei? Zirkus-Clone, oder? Ja. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Ich habe das jetzt nicht ganz gerafft, was gerade passiert ist. Aber ich laufe jetzt jedenfalls mal irgendwo hin, wo ich mich heilen kann. Danke, ja. Ja. Ja, wo ist denn hier? Ja, wo ist denn hier die Blume? Ja. Ja. Der Tod, der Tod, der Tod, ja? Ach, man kann schnell Treppen hochgehen. Sehr interessant. Ah, Treppen, Leitern. Ja. Ja, man kann sie auch schnell runterrutschen, das ist schön. Ja, mach sie nieder. Nice, jetzt kommen die Hunde. Er hat ja auch einen coolen Kampfstil irgendwie. Okay. Vielleicht werden wir den auch mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Nice. Ja, ich habe schon wieder mein Leben mit ihm geteilt. Das ist irgendwie eine blöde Fähigkeit, die muss ich rausnehmen. Abendrutschwert. Ja, das haben wir schon. Ja. So weit, so gut. Das ist schon wieder so ein Blutding, ne? Aha. Ah, die Blutsprüfung. Okay. Ja, haben wir ja doch gerade gemacht, ne? Brauchen wir nicht nochmal. Wie ist das? Ja, ja. Tulip. Sit mal. Nice. Haaaah. Oh, Hunde. Hundi. Ja, was haben die bewacht? Ah, ja. Okay. Oh. 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 Ja, nice. Ja. Ja, ja. Ich muss das mal checken, wie man das mit den Heilungen verbessern kann. Ja, ja, schön hier. Waren wir hier schon? Ne. Ne. Alles so verdächtig hier. Ne. Ja. Duft in der Tee. Ja, so ein Tee, das wär's jetzt. So ein Tee wär jetzt richtig nice. Der wird zugucken da draus. Ach, der... Was ist da los? Kommt das Spiel nicht ganz nach, ne? Ja, ja. Ja, ja. Hägerüberrest. Ach, was? Können hier hoch? Aha. Karte. Kiste. Ja, nice. Wieder was Neues zum Ausprobieren. Wie gesagt, ich probiere die neuen Sachen jetzt alle offscreen aus, weil... Ansonsten ist das zu viel. Ja. Teste und so. Hallo. Kann ich euch hier kriegen? Hm, Leute. Ja, das ist das. Ich hab mir mal gemacht. Ja, das ist das. Oh Jungs, wie komme ich da rüber? Ich teste jetzt mal was. Wahrscheinlich sterbe ich. Okay, nein. Und, da ist dann jemand versteckt. Nein, da ist keiner versteckt. Zweihänder. Aha, aha. So, die Mutti. Bring it on. Ah, mit Schützen. Das ist jetzt nicht so toll. Ah, ja. Er dachte mir schon, dass du schießt. Komm, ich will den Nahkämpfer holen. Komm, zurück. Komm, zurück. Jakumo. Mann, der will da nicht. Ist ja richtig blöd hier. Ja, ja, ja. Er macht sie, er macht sie. Ich bin tot. Nein. Verdammt. Aber, wir sind weggekommen. Hm. Wo war die Tür? Da hinten, ne? Jawohl. Kann man das irgendwie... Hier muss man doch irgendwie durchkennen. Boah. Und das für ein Move. Ach, ja, cool. Man lernt immer was dazu. So. Da drüben ist meine Seele. Wir werden den jetzt einfach eiskalt approachen. Komm, komm, komm. Was? Was? Heilen, heilen, heilen. Alter. Das Fusenmonster. Nein. Boah, ich dachte gerade, er schmeißt mich runter. Ja. Muss das? Finisher. Haha. Das war alles geplant. Aha. Ich habe ein roter Bajonett. Und deswegen bin ich eigentlich hier. Ja.